Ja Leute, heute zeige ich euch mal in meinem Laden und zwar hat mal einer nachgefragt und klar zeige ich gerne in meinem Laden, was ich abgebe, was ich verkaufe. So moin moin moin, jetzt geht's los. So, fangen wir hier an. Hier oben sind unsere Mass-Gainer in 1,5kg Tüten, 70g Carbs, 30% Protein. Profimax von Unolimp, 50-50 Verhältnis, Aminos, Kreatine, Vitamine, Taurin auch am Start, Pur, Glutamine am Start, ZMA, Zegmagnesium, Vitamin B6, BCAAs natürlich. Unsere Fat Burner hier, BBN, Mega Zink, Rettweiler Booster von Olymp, Arginine, AKG von Olymp, Beta-Analympur von Olymp, MySup Shaker, Glutamin 100% von Body Attack. Ja hier kommen wir zu meinen Handschuhen und zwar habe ich hier auch ein Bizepsgürtel. Habt ihr ja auch schon mal bei mir im Video gesehen. Zuggriff in allen Farben, müssen ja beim Pumpen zusammen passen, ne? Bei mir muss alles passen hier. Handschuhe auch in allen Farben. Griffpolster mit Bedruckung von Zipi Sports, alles hier. Auch Gewichthebergürtel. So, kommen wir jetzt mal hier zu den 100% Whey Complexo Olymp. Drei verschiedene Geschmäcker. Hier hat meine Mutter mal was von BBN und Best Buddy geholt, Whey. Hier haben wir was aus Polen, High Tech Nutrition. Wie ihr seht, ist halt dieses Whey hier, Muscle Whey. Hat BCAAs drinne, hat auch sehr viel Protein, aber auch Carbs drinne. Ich glaube 80 Gramm Carbs auf 100 Gramm. Ja, schmeckt auch echt gut. Sehr cremig, geht bei uns echt sehr, sehr gut weg. Wie ihr seht, ist hier eine neue Bestellung von unseren Must-Gainern. 5 Kilogramm, 39,99 Euro. 70% Carbs, 30% Eiweiß. Liegen normalerweise da in der Ecke, aber alle ausverkauft. Die gehen bei uns auch heftig weg. Echt mega gut. Hier haben wir was für die Sportler. Freier Starter, Standby. Auch von Olymp. So, hier kommen wir zum Allstars Schrank. Und zwar haben wir hier unser High Pro. In verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also, die schmecken echt alle geil. Kein Scheiß jetzt. Mein Favorit ist halt... Lemon Quark oder... Peanut Butter Schokolade. Hier sind unsere Fat Burner. Finidrol. Und Lipodex. Moin, 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 moin. Mann ey. Immer dieses Hupen hier wegen Hochzeiten und so. Ja. Hier haben wir auch Must-Gainer von Allstars. Kreatin auch von Allstars. Hyper Amino. Easyweight Einlassgeschmack. Hier oben sind meine ganz Bokale. NAC, großer Preis 2013. Das war der Moment mit einer pinken Posinghose. Mit mir und Murat. Hier habe ich ein... MMA-Tournee gewonnen in Minden. Da habe ich vielleicht Zahlenmodel MMA gemacht oder so. Hier, Hessen-Meisterschaft 2015. Dritter Platz, Men's Physik. NRW-Meisterschaft, vierter Platz, Men's Physik. American Dream bin ich auch peter geworden. US-German Cup bin ich fünfter geworden. Das hier ist die Deutsche Meisterschaft, der Pokal. Sechster Platz. Union Physik, zwei. Sechster Platz. Berliner Meister, erster Platz. Moin, moin. Hier vom letzten Jahr die Meister-Deutsche-Meisterschaft bin ich sechster Platz auch gewonnen. Ja. Hier haben wir noch ein paar Tank-Tops. Und zwar von Jim's Generation ein paar. Meine Kollektion war hier voll. Alles weg, geht auch gut weg. Freut mich. Meine Dream-Mosette-Kollektion. Kommen auf heute wieder neue Motive raus. Jim's Generation Hosen. All-Stars Tank-Tops haben wir auch hier am Start. Kriegen die Kunden geschenkt, wenn sie für die Drohe kaufen. Ja, Hoodies von Jim's Generation auch. So, kommen wir zu den Riegeln. Also, der schmeckt echt geil. Oh yeah. Peanut Butter Crunch. Peanut Butter mit Smarties drin. Also, echt geil. Yambam schmeckt wie Lion. Echt zu empfehlen. Echt lecker. Hier haben wir unsere Olsters-Riegel. Auch mega sick. Echt geil. Mega lecker. Hier auch. Sogar mit Isolat-Eiweiß. Echt gut. Eine geile Konsistenz. Die begehrten, beliebtesten Riegel. Wenn man das so liest im Internet. Ein Hype. Die Quest-Bars. Die gehen bei uns heftig weg. Also, das kaufen echt so viele Frauen ein, die Oreo-Riegel. Wine Pumps haben wir hier auch am Start. Pancakes, Protein-Pancakes. Für Leute, die es schnell haben wollen morgens. Kann man kaufen. Hier haben wir auch Hanf-Protein. Moin. Isolat. Aber Soja. Und wir haben auch Veganes hier. Weil wir haben uns auch viele Veganer. Für alle Leute, was hier am Start. Metapolo-Diet. Kann ich echt nur empfehlen. Das sind echt geile Rezepte drin. Und da kann man echt viel, viel, viel lernen über Ernährung. Also, da stehen auch Sachen drin, die auch ich nicht wusste. Krass. Sehr interessant. Kann ich echt nur empfehlen. Ich hab's durchgelesen. Mineraldrinks. Das sind alles Vitamine. Tust du in der Wasser rein. Hast du Geschmack und Vitamine. Alles am Start. Hier haben wir auch wieder ein All-Stars-Fach. Unsere Out-Kicks. Die Chris-Pro. High-Pro. Die sind so groß und die machen so heftig. Die Sacken schmecken so geil. Die Wheel-Pro. Unsere Low-Cup-Riegel. Und die Muscle-Protein-Bars. So. Kommen wir mal zum Kühlschrank. Also haben wir hier unsere Muscle-Shakes. Die sind auch sehr gut weg. Easy-Way. Poor. Only. Protein. No Carbs. No Fart. Wirf-B-C. Die AA-Small. Unsere Lieben-Bars sind auch alle hier am Start. Darin sind noch mehr. Und ja. Ei-Klar. Nicht mit Ei-Germs. Das ist wirklich komplett nur Ei-Klar. Ein Liter Ei-Klar. Musst du halt nicht das Ei trennen. Sehr, sehr praktisch. Sehr geil für eine Low-Carb-Diät auf jeden Fall. Ja. Hier Low-Carb-Shakes von Body-Tech, Fat-Burner-Drinks. Auch alles am Start hier. Moin. Und ja. Unsere Tüten. Unsere Zeitschriften. Aber nur. Also wir kaufen nur die Zeitschriften, wo ich auch drinne bin. Ein paar Flyer von uns hier. Hallo Rico. Moin. Moin. Ja hier sind halt. Magnesium 250 Milligramm. Mit Vitamin C drinne. Auch Aspartan-frei. Liquid. Das wäre echt gut. AKGs. Für vorm Training kann man sich direkt reinballern. Ist alles flüssig. Fat-Burner kann man sich reinballern direkt. Unsere Shaker. Mit extra Verschlüssen hier unten. Kannst dein Protein immer mitnehmen. Alles gesaved. Ja, mein Fernseher. Läuft gerade nichts, weil ich die Festplatte zu Hause habe. Um neue Videos drauf zu packen. Ja, was gibt es denn noch hier? Ja, hier ist noch ein Spiegel, aber das ist kein Spiegel, sondern auch eine Tür. Ja, hier ist halt unsere Kaffeemaschine und unsere Übersubs drinne, die wir nur über haben. Ne? Ja, das ist nichts Besonderes hier. Ja. So sieht es aus. So sieht man leider nah aus. Ich hoffe, ihr müsst mich ja irgendwann mal komplett auswendig kennen. Ich erzähle echt viel von meinem Leben, aber gar kein Problem vor mich. Mach ich gerne vor euch. Und damit ihr mich näher kennenlernt. Alles cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mal einen Daumen nach oben. Abonniert mich fleißig weiter. Entpeht mich auch weiter, wenn ihr Bock drauf habt. 12-10. Peace.